Hey, willkommen auf unserem Kanal. Manuel Matzasek. Und wir machen heute witzige Videos, die komisch sind. Er dreht schon so. Er ist so behindert. Ich so. So, ich muss meine Brille ablegen. Das sieht übrigens so behindert aus. Ich sehe so behindert aus mit dieser Brille. Okay. Es geht los. Keine Ahnung. Okay, los. Ja. Das ist mein Adler. Abschie. Aber, aber, ich spiel den Eis in den Kopf. Okay, danke. Er ist behindert. Ah, au, au. Ich habe mich jetzt wirklich auf die Nacht gelegt. Leute, fahre. Ah, ach, meine Sonnenbrille. Tschüss. Ach, wo ist die Hände da? Hä? Ich muss. Warte, 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 warte. Und das war's mit dem Video, Leute. Ich war dumm. Die haben Adler nichts gegeben. Er weint jetzt nicht. Nein! Warte, 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 warte.